Was ich dir heute Morgen in der Eile nicht sagen konnte, diese Ärzte von Paris haben mir so eine Art Vorschuss bezahlt, weil ich wahrscheinlich noch mal hinfahren muss. Aber das heißt doch dann, dass es gefährlich ist, Jonathan. Sonst würden sie dir doch kein Geld geben. Sie gehen ein Risiko ein und ich auch. Und wenn es gelingt? Wenn es gelingt, dann kann ich ein paar Jahre länger leben.